Ja, hey Leute, und ich will euch nur etwas mitteilen. Ich habe jetzt eine Woche Urlaub, ich fahre nach Ungarn, ein bisschen schillen, ein bisschen mit Kumpels abhängen und ein bisschen trinken. Und natürlich Gulasch essen. Salami kaufen auch noch vielleicht. Oder Käse? Ich weiß es noch nicht. Mal gucken. Auf jeden Fall, ich wollte nur Bescheid sagen, dass ich jetzt für eine Woche nichts hochladen werde. Und ich dementsprechend auch mich für eine Woche jetzt nicht melden werde. Und ich werde nach dem Urlaub direkt wieder hochladen und direkt weiterspielen. LN Wake habe ich mich immer noch nicht ganz durch. Und das wollte ich euch nur wissen lassen. Für alle, die jetzt noch Ferien haben oder Urlaub, wie auch immer, viel Spaß noch dabei. Macht was, geht raus, schönes Wetter heute zum Beispiel. Und ich wünsche euch allen noch schöne Ostern. Osterschöne. Und haut rein, Leute. Tschüttelü.